Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und beim Versicherungs-Sheriff dabei seid. Heute habe ich mal so ein bisschen einen Abschwenker, einen Ausschwenker, eine kleine Kurve dabei. Und zwar kamen die letzten Zeiten mal ein paar Kommentare und auch Nachrichten und wir haben gesagt, hey Julius, warum wibbelst du eigentlich immer so und bewegst dich immer so viel und bist so zappelig, was ist denn da los mit dir? Ja, das ist ganz einfach, früher haben wir das gesagt, der Junge ist ein Zappel-Philipp und hat ADHS, mich haben sie auch damals in der Grundschule immer schön mit Ritalin zugeknallt, um den Jungen ruhig zu kriegen, ist ja klar, wie soll man es auch sonst machen. Und jetzt vor kurzem kam ja wieder die Diskussion, ADHS ist erfundene Krankheit, Aufmerksamkeit, DTT, Hyperaktivität, das ist schon so beschissen, dass ich mich noch niemals aussprechen mag. Aber auf jeden Fall, das möchte ich dann, dass es mir gerne entschuldigt, weil ich bin ADHS krank und kann für meine Bübelei nichts. Und ich möchte, dass es euch auch ein bisschen lebendiger rüberbringt alles und da denke ich, dass das doch von Vorteil ist, so ein bisschen zu gestikulieren dabei. Wenn es euch zu viel sein sollte, könnt ihr es mir runterschreiben, da geh mal, Julius, halt mal die Füße still, wenn du uns was erklärst. Aber wenn er sagt, hör mal, der üblige Rabauke gefällt mir, die Infos, die er uns bringt, jetzt kommen wir mal mehr, gefallen uns auch, dann schreibt mir das, abonniert den Kanal und verpasst nichts mehr und seid dabei. Euer Versicherungsheriff, auf bald, ciao.